Hi Leute, ich bin Saja Rasimawashi. Ich habe eine schöne Nachricht. Ich darf endlich in meiner Hermannstadt auftreten. Und zwar nicht irgendwo so in einer Linde-Utobe. Und da ist das schöne Pop Meets Classic. Und da darf ich ein ganz besonderes Song singen. Und ich freue mich und ich hoffe, ihr seid alle da. Denn ich habe was ganz bloß für euch vorbereitet. Bis dahin. Peace. Love you all.